heute geht es um unsere aller zukunft und zwar wie können wir nlp mit kindern anwenden ja lieber stefan du hast ja drei kinder übrigens eine große spannbreite vielleicht mag es auch gleich noch sagen gleich vorweg kann man mit kindern weil auch mit kleinkindern überhaupt anwenden geht es überhaupt kann man damit arbeiten ja auf jeden fall also ich meine bei kleinen kindern sind natürlich wir noch gefragt irgendwann können sie vielleicht auch schon selber oder übernehmen vielleicht auch erste dinge weshalb ich ja oft gesagt habe nlp gehört eigentlich in die schule und das finde ich übrigens klassisch hatte vor kurzem eine masterarbeit hat ein lehrer ganz ganz intensiv nlp mit den schülern gemacht gut die sind natürlich jetzt schon ein bisschen auch fortgeschritten das vielleicht noch mal ein anderes thema im jugendalter und so weiter aber also ich habe echt gestaunt was er alles mit denen gemacht hat wie viele tolle nlp techniken angewendet hat zwar wirklich großartig absolut ja also dabei viel möglich gerade auch so im bereich von mit gruppen arbeiten und kindern aber immer zurück ja bei ihm ging es auch sehr stark um berufsfindung schon ziele was will ich eigentlich in meinem leben was will ich machen was ist mir wichtig und so also so auch sehr stark diese live design geschichten aus mir da schon gemacht hat davor sind es oft noch andere themen so bewältigung von aktuellen krisen zum beispiel von ängsten oder von oder selbstvertrauen aufzubauen oder von frustration nicht aufzugeben wenn da mal was nicht gleich auf anhieb klappt da ist ja doch viel ganz viel lernen auch bei den kleinen gefragt und dazu gucken dass sie dranbleiben dass sie nicht aufgeben wie sie die welt wahrnehmen und sehen das ist ich finde es so unterschiedlich wie manche kinder einfach strahlen und grundsätzlich erst mal sehr gut drauf sind gut auch da gibt es dann natürlich manchmal krisen wenn sie müde sind und so weiter ganz klar aber und andere da einfach eine ganz andere innere haltung schon gleich mitbringen und haben und ich glaube das wird schon sehr stark auch geprägt wie wir als eltern mit denen umgehen also so das wichtigste würdest du auch sehen ist einfach der vorbild effekt also nicht was du sagst macht es liebes kind ja sondern wie bist du als papa wie bist du als mama ist es aber auch sehr prägend einfluss darauf hat wie das kind sich dann selber auch sieht absolut also ich denke dieses lernen am modell ist natürlich gerade bei den eltern auch sehr ausgeprägt sehr wichtig sagt ihr auch die klassische psychologie albert bandura modell lernen und so ganz klar wie sie sehen wie gehst du damit um hast du jetzt angst oder bist du entspannt oder 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 lachst du viel oder machst du meinen spaß oder was machst du so mit denen ich glaube das hat natürlich schon auch sehr sehr großen da habe ich eine kurze story zum zum thema modell lernen weil du bandura gesagt hast ich kann mich noch erinnern als kind ich habe spinnen ganz mal angriffen habe die von a nach b getragen und so das war überhaupt kein problem und dann habe ich einmal habe ich noch sehr lebhaft in erinnerung gesehen wie meine mutter angst hat sozusagen vor der spinne und die sozusagen ganz mit glas und abstand und so halt weg rausgebracht hat und ich weiß gar nicht so besonders aber ich kann mich noch erinnern paar tage oder wochen später sag ich nur ein weberknecht eigentlich das heißt bei euch auch so weberknecht oder und ich habe mich nicht mehr getraut den anzugreifen also wie schnell das geht so eine erfahrung wobei wir heute auch wissen nicht bei allen tieren so also bei schafen oder so wirkt das nicht sondern es sind schon bestimmte tiere die auch gefährlich sein können spinnen schlangen und so wo wir es schnell lernen angstfäustlinien zu entwickeln aber einmal gesehen zack und erledigt ja ist es drinnen und deswegen finde ich die idee auch sehr schön von andré stern gehört der sagt es macht sinn dass kinder viele bezugspersonen haben weil jeder mensch irgendwo ängste hat ja also keiner von uns du bist nicht angstfrei ich bin ja es ist nicht so dass das ist der perfekte papa der alles kann und super man auf persönlich sondern und dann sieht das kind okay der hat zwar angst aber der hat nicht langst der hat auch nicht angst und er auch nicht und da darf ich nicht auf die bäume rauf klettern und da sind es die spinnen und so aber man sieht auch die erwachsenen können damit umgehen so und dass das auch ein faktor ist ja dass natürlich wenn man ja alleine ist oder so dass ich dann noch mal ganz viel schwieriger ist ich glaube es gibt so einen satz nur aus der längst vergangenen zeit dass es ein ganzes dorf braucht um ein kind groß zu ziehen also diese verschiedensten erfahrungen da auch zu machen ja sehr sehr schön ja absolut ja also ein thema sind natürlich vielleicht bleiben wir kurz mal bei dem thema ängste also ich habe mal im kurs auch eine psychologin gehabt die hat sogar ihre arbeit darüber geschrieben da ging es gerade das thema beim einschlafen die ängste dass da was passieren könnte und und sie hat verschiedene metaphern geschichten getestet also metaphern ist ja eine klassische nlp anwendung auch das ist so eine kleine fantasie reise gekleidet da gab es halt unterschiedliche versionen eine war halt dass die decke ein zaubermantel ist so dass das kind eben halt unsichtbar ist oder dass es etwas hat woran es sich festklammern kann so dass es dann geschützt ist dadurch sei es ein teddybär oder ähnliches also das damit zu verknüpfen was sehr schön funktioniert hat ich habe in meiner tochter oft wenn sie ängste hatte habe ich hier einfach eine gute nacht geschichte jetzt frei erzählt könnt theoretisch auch ein buch lesen es gibt bestimmte bücher die bestimmte themen behandeln so quasi schon therapeutische bücher für kinder als geschichtsversion ich habe halt die geschichten immer frei erzählt weil ich natürlich das buch jetzt nicht über das passende buch jetzt nicht gerade übergreifbar hatte weil es ja gerade oft akut war nach dem motto ja jetzt hat sie angst davor dass ein brecher im haus sein könnten oder ein monster irgendwo in der kleiderschrank sitzt oder wie auch immer und ich habe dann einfach freie geschichten erzählt ich weiß noch einmal hatte sie angst vor mäusen und dann habe ich halt eine geschichte erzählt und dabei habe ich eine nlp technik reframing nämlich dass sie sich vorstellt sie wäre eine kleine maus und wie das dann ist so große kinder zu sehen die schreien und krach machen und wie furchteinflößend das eigentlich ist aus der perspektive der maus also wirklich mal so das anders drum zu verändern und man das hat wirklich sehr sehr gut geholfen sogar auch so dass sie dann immer fortsetzungs folgen daher heute was die kleine maus jetzt noch alles erlebt und so wie süß die doch eigentlich ist und so also das fand ich schon sehr interessant was das bewirken kann spannend möchte gleich einhacken darf also auch hat auch angst vor mäusen das war auch sein haupt thema also es ging ja längeren zeitraum da hat man immer erzählt und ließen im haus und so und und dann hat er auch alp träume tatsächlich also hat er wirklich von mäusen geträumt und so und die beißt und so und ich habe mich auch für eine metaphorische intervention entschieden wobei hier ein bisschen anders nämlich wenn das kann man schnell schnell die kinder machen wenn sie so ja sehr gut er war mit zwei schon sehr sprach begabt sage ich mal aber so wenn sie so ein bisschen reden können aber vielleicht mit drei dann bei vielen war so zwei zweieinhalb und wir haben dann einfach diesen albtraum fertig erzählt ja also sagt du an dass du hast dass der traum geht noch weiter wie gehen wir weiter was wir hast bist du dann herausgekommen aus der situation und so und dann taucht natürlich ein bisschen so und dann überlegt und so und dann gibt es ein happy end ja und dadurch dass die geschichte sozusagen fertig erzählt wurde halt schön erzählt wurde meistens brechen die träume auch ab hat es nicht mehr so was bedrohlich ist und in dem fall ist es auch so dass das kind sich die geschichte selber erzählt man führt hat nur mit schlauen fragen sozusagen zu einem guten ergebnis und nicht so gott die große maus das hat sehr gut geholfen zumindest bei den albträumen und dann was wir gemacht haben oder was er selber gemacht hat dann eigentlich so muss man sagen das habe ich gar nicht gemacht stimmt aber es war eigentlich er hat wir hatten so eine maus und die hat er tatsächlich dann auch genommen und andere mit der ausgebissen sozusagen dass er war dann sozusagen der der böse wicht und ich habe den eindruck dass ihm jetzt auch geholfen hat ja sozusagen in die rolle so wie du es auch gemacht hast eine taffe und heute erhalte stoffte genommen und nicht gebissen sozusagen das hat ihm auch geholfen also viele möglichkeiten damit sagen wie man mit ängsten umgeht aber alles so mit der vorherigen bereich ja also das natürlich auch oft spannend ist die idee tu mal so als ob also das ist ja auch typisch auch in kinder spielen wenn man playmobil spielt oder lego oder mit barbie oder mit oder mit kuscheltieren auch im sinne von stell dir vor du bist jetzt das krokodil der löwe oder du bist jetzt hier der ritter oder wer auch immer und ich fühlst du dich dann wie geht es dir dann was sagst du dann was machst du dann diesen perspektivwechsel den ich auch sehr sehr nützlich empfinde dabei ja absolut ja das ist mal so thema ängste schon mal vielleicht ein bisschen weiter wo man mit hafen noch anwenden kann akutes beispiel vielleicht ganz kurz ich hatte daran liebt bohrmaschinen und große geräte wie halt viele jungs sage ich mal und der macht es halt dann so richtig also der schreit dann so richtig rum und das ist ja schon sehr laut ja und hat mich ein bisschen gestört ich habe gefragt okay du auch das ein bisschen bisschen leiser machen und aber das ist sehr schlagfertig leider mit seinen dreieinhalb jahren momentan er sagt dann so nein die bohrmaschine ist so laut also hat er so einen stab in der hand gehabt was er als bohrmaschine bezeichnet hat und ich habe dir doch schon eine richtig gute bohrmaschine gekauft da gibt es einen geheimen knopf und wenn du da drauf drückst dann ist sie ganz leise dann schaue ich mich groß an und schaue das ding an dann sage ich ihm soll ich dir zeigen wo der knopf ist er nickt ich gehe hin und sage da ist der knopf drück mal drauf drück da drauf und auf einmal geht es eine coole bohrmaschine dann hat er weitergemacht aber ganz leise sozusagen in einem vieles utilisationsprinzip also das was da ist halt nutzen und in die welt des anderen in die welt des anderen einzusteigen ja in dem fall ist es halt das ist jetzt seine bohrmaschine und er hat eigentlich vollkommen recht eine bohrmaschine kann man nicht leiser drehen also das stimmt ja auch eigentlich ja aber wir tun mal so als ob es doch möglich wäre ich habe seine metapher einfach ein bisschen weiter gesponnen von seinem stecken und gut in dem fall was total eigennützig muss man muss ich auch zugeben also er hätte so oder so spaß gehabt aber die eltern sind ja auch manchmal wo wenn sie ein bisschen entspannung haben zwischendurch ja also was oft auch funktioniert ich habe das mal gehabt da haben sie angefangen die die wände anzumalen und so die tapeten und das war auch gerade so wir waren eher umziehen und von daher war das auch völlig okay weil wir sie renommiert haben und so und und dann habe ich gesagt so kommen wir spielen jetzt mal tauschen mal die rollen also spielen ist ja auch manchmal ganz beliebt dass ich jetzt als erwachsener das kind bin und sie sind halt die erwachsenen und dann habe ich angefangen die wände anzumalen und das macht man doch nicht und so und wie papa ich bin kind was willst du jetzt also diese rolle weiter aufrechterhalten und etablieren und dann irgendwann habe ich genau gemerkt die wissen ganz genau was sie tun dürfen ja und was nicht und in der anderen rolle ist es auch ganz wichtig das einzuhalten ja und also ich bilde mir ein dass dieser auch hier wieder dieser perspektivwechsel oder tue mal so als ob wenn du es so willst dass das hier sehr schön ihnen dabei hilft sich klar zu werden hey wo sind die grenzen und ich weiß ich habe dann gesagt warum soll ich das nicht anmalen es macht auch spaß und so und dann dürften die halt argumentieren und die die gründe dafür finden was sie dann auch sehr gut gemacht haben es ist schon erstaunlich was dann da noch an ressourcen drin steckt wenn man sie mal einlädt aus ihrem denken heraus zu gehen und das aus einem neuen blickwinkel eben zu betrachten ja da sind geschwister auch oft sehr sehr spannend dass bei uns ist so dass der aaron den den er natürlich ganz klar die regeln erklären will aber er den natürlich dann auch selber befolgt weil weil so hat jetzt ist er der große bruder er sagt ihm so geht und das also geschwister ist auch eine sehr große ressource glaube ich da weil sie dann doch einfach die gleichaltrigen unter sich haben und einfach ja ständig voneinander lernen können was ja auch oft hilft beim thema du hattest mit der bohrmaschine mit dem krach ist dass man selber dann auch so viel krach macht also wenn es jetzt irgendwie die trommel ist oder so worauf man schlägt dass man dann sagt so jetzt lasst uns mal ganz laut machen so laut wie es geht und dann noch weiter wie lauter geht gar nicht und so und oft ist dann so dass dann kurz danach dann auch das interesse sinkt wenn man das mal sozusagen voll ausgereizt hat oder man dann eben dazu übergehen kann so wie du mit einem geheimen kopf sagen so jetzt waren wir ja richtig laut mal gucken ob es auch leise können sie da eben auch hinzuführen also das wird der gedanke dass das pacing und leadings muss sich vorher mal schauen das aufnehmen ja was was ist da damit voll reinzugehen und dann erst ins leading überzugehen und nicht wie man es oft machen wir wollen ergebnis leading ja sei bitte anders ja sondern sich davor einzuproofen ja schön schön vielleicht gleich mal gleich bei pacing leading also ich finde das ist eins der bei kindern kann sich das genauso machen wie bei erwachsenen und ich habe da gleich eine schöne geschichte parat das ist jetzt in dem fall mein halbbruder der war damals ja auch so zweieinhalb jahre und wir waren bei meinem onkel ja und ich sehe dass der kleine manuel richtung lichtschalter geht und ich frage meinen onkel so du darf er das licht einschalten oder ja klar kein problem und ich wusste was passiert aber mein onkel halt nicht ja was machen keine kinder wenn sie nicht schalten erwischen sie machen ein aus ein aus ein aus und dann sagt mein onkel da geht das licht kaputt so deswegen habe ich gefragt ja das war mir klar dass das jetzt so gehen wird aber okay dann dachte ich okay ich habe zwei möglichkeit ich könnte ziehen gehen packen und einfach auf die grauze geben damit brüllen und meister stärker und variante eins ja das ist nicht so cool was kann ich noch machen und habe mich nebenhin gesetzt und auch einfach so auf die auf die scheibe geklopft genauso wie er und dann haben wir uns angeschaut haben uns angestrahlt wir hatten da spaß dabei und dann habe ich angefangen die kopfbewegung auf seinem körper zu machen ja ihm noch angestrahlt und dann habe ich angefangen zu sagen in derselben rhythmus ihn hoch und runter zu bewegen das war schon der moment wo er gar nicht mehr beim lichtschalter war und dann habe ich ihn so langsam richtung couch bewegt und das ist für mich auch so das beispiel in der ausbildung und pacing leading verständlich zu machen ich gleich mich sozusagen an und das leading ist sozusagen das ist so das ist so ein flüssiger übergang ist nicht so dass ich sag mal stefan ich finde es total interessant hast du 100 euro für mich so das ist kein das ist nicht die idee dahinter sondern die idee ist du gehst wirklich in die welt des anderen rein und ist wirklich ein schöner flüssiger übergang und er ist da gar nicht mehr hingegangen hat dann geschrieben es war einfach dann das war dann ganz klar hast du noch so pacing und und oder leading star stories von kleinen kindern wo das hilfreich sein kann ich überlege gerade also ich habe es an verschiedenen stellen das schon auch ausprobiert also wenn wenn sie schreien vielleicht auch mal zu schreien oder beleidigt zu spielen oder was auch immer für eine für eine begrenzte zeit und sich dann wieder zu öffnen oder wenn was nicht klappt bei ihnen vielleicht auch erst mal auch wenn ich vielleicht geschickter wäre und wüsste wie es klappt auch erst mal das ist bei mir eben nicht klappt und dann sich ein erfolgserlebnis einstellt also das ist ja auch gerade wenn ich jetzt das beispiel noch ein bisschen ausbaue es ist ja nicht nur also beispielsweise ich hatte mal einen zauberkasten gekauft für den neas und dann haben wir so einen zaubertrag nach dem anderen gemacht und manche waren dann halt auch schon ein bisschen komplizierter also knoten techniken und wodurch und wie geht das und dann hat er halt immer nur irgendwie und es hat halt dann nicht geklappt wenn er so irgendwie macht er muss schon genau wissen wo was durchgeht damit was danach halt wieder aufziehen kann und kein knoten drin ist oder ähnliches oder so und dann war er halt sehr schnell auch sehr frustriert oder so und dann habe ich mich hingesetzt und das gemacht und er sieht okay papa macht halt ein paar mal mehrmals und jetzt kommt für mich noch ein anderes element mit rein nämlich dass der ressourcenaktivierung also zu schauen und ich habe ihn dann gefragt mensch als du es erst mal fußball gespielt hast konntest du das dann auch schon so gut wie jetzt ja nee ja wie sowas hast du denn gemacht ja ich musste ja üben und habe immer wieder versucht und so sage ich genau und als du das erste mal dies und jenes gemacht hast wie war das da man verschiedene beispiele aufgezählt von sachen wo er halt auch erst mal üben musste und ihm das bewusst geworden ist und sage ich ja und hier glaubst du du kannst es auf einmal bei so einem komplizierten zauberkasten guck mal der ist auch erst ab zwei jahre älter als du eigentlich jetzt gerade bist da glaubst du kannst es indem du irgendwie da was machst ja nee und dann ist es halt dadurch gelungen dass er sich schon noch mal anstatt jetzt in seinen mutanfall oder sowas gehen zu sagen okay dann zeig es mir noch mal und dann ich komme lass uns das noch mal ganz langsam machen wie geht das jetzt nur die schlinge dass dadurch dann da und da und da und und dann hat es auch prompt geklappt beim nächsten mal und dann gleich zur mama und die mama ich muss dir was zeigen und so weiter dann hat wie dieser zaubertrick hat auch funktioniert also das natürlich das man würde jetzt sagen ja wo ist jetzt nlp aber es ist natürlich genau dieses gezielte abrufen von vergangenen ressourcen bevor man es wieder neu versucht zu schauen geh mal in deine vergangenheit zurück wo hattest du schon dieses erfolgserlebnis erinnere dich mal dran wie war denn das damals was hat dir dabei geholfen wie war das nein sehr klassische coaching prinzipien die aber wenn man das nicht macht und vielleicht so aus dem alltags modus heraus reagiert jetzt nicht so hier aus dem coaching modus wie wir jetzt das ja gerade haben dann kann es ganz oft auch in einem desaster enden anstatt dessen anstatt einem neuen zaubertrick der gleich der mama vorgeführt wird hast du dann ein kind das bockt und zickig ist und halt erst mal vielleicht gar nichts mehr machen möchte im nächsten moment weil es einfach nur noch gefrustet ist das sind halt die dinge die den unterschied machen ja und das muss ja nicht erst für eine krise sein dass wir jetzt beim thema ja auch ankern und state management was ja auch dann sehr gut dazu passt wenn ich mich auf den modus eingestellt habe zur ruhe gekommen bin mit dem kind also dann eben halt auch zu fragen mensch was waren denn heute schöne dinge für dich noch so ein tagesrückblick das machen eh auch viele schon im bett noch mal schauen und ich bin manchmal ganz erstaunt was dann da rauskommt vielleicht ganz ich hätte gedacht der große freizeitpark besuch wäre das heil des tages gewesen oder so aber nein es war dann vielleicht irgendwas anderes aber es war ein kleines spiel was wir zwischendurch mal gemacht haben wo du einfach nur denkst du hast ja irgendwie kleine alberei die wir da gemacht haben ja absolut also ich finde was du da ansprichst sehr wichtig weil es bei kindern meines Erachtens noch wichtiger ist nämlich dass du auf ihre erfahrungen zurückgreifst ja also die sprache also jetzt bei kleinere ist einfach nicht so entwickelt so klar die ist entwickelt aber ist jetzt nicht so elaboriert ja wie bei den erwachsenen und ich finde man kann einfach dann und sie haben aber trotzdem genau schon einfach so vollwertige erfahrungen und das sind unglaubliche ressourcen ich habe da ein anderes beispiel du gesagt hast auch so in andere reinversetzen und eine freundin von mir die hatte auch zwei söhne und der eine fand es total lustig dem anderen dem kleineren ins augen zu fahren also der hat dann einfach immer wieder malträtiert und irgendwann hat er entdeckt dass die augen zu sagen da beschreit er besonders ja das hat ihn dann einfach irgendwie fasziniert und sie hat ihm erklärt es geht nicht und so und hat nichts gebracht ja und irgendwie war das so dass er auch eine schere oder irgendwas ins augen bekommen hat und selber geweint hat und dann hat sie das eigentlich nur einmal diese erfahrung abrufen müssen sie hat dann gesagt hey du kannst du dich erinnern damals du die schere reinbekommen hast wie es sich das angefühlt hat dann hat er genickt und dann hat sie gesagt genauso tut ihm das auch wie wenn du ihm reinfährst und seitdem hat er das nie wieder gemacht kein einziges mal also kind und das sind kinder sind überhaupt nicht irgendwie weil man sagen ja das sind überhaupt nicht haben keine empathie und so also die denken sich die denkt nicht ich will jetzt wehtun sozusagen sondern das ist halt einfach wie ein spiel oder irgendwas und man hat eben nicht noch nicht also gerade im ganz jungen alter nicht diese wahrnehmung von aha er schreit jetzt und ich habe den weh getan und so und das wird sich für mich so anfühlen es ist einfach noch nicht da das kommt also mit 34 meistens rundherum und aber das ist gar nicht die erfahrung die will ich nicht geben das glaube ich ist bei kindern fast wichtiger weil das mit sprache das tut ihm weh das ist irgendwie ja aber das ist macht das ist vakuummäßig einfach nicht stark das kommt nicht so an wie wenn du die erfahrung abrufen lässt was ich halt auch oft feststelle ist dass natürlich meine eigene begeisterung wenn ich ein neues spiel mit kindern spiele und ich wenn ich das jetzt sozusagen spiele dann meine ich jetzt seltener das könnte es natürlich auch sein aber seltener jetzt irgendwie neues brettspiel oder ein gekauftes spieler so sondern eher ich denke mir immer sehr spontan spiele aus die ich mit den kindern mache manchmal mit einem pädagogischen zweck manchmal einfach so auch zur unterhaltung und das natürlich meine begeisterung er hat sich weiß noch als er näher es zweieinhalb vielleicht war oder so also auf jeden fall war noch sehr sehr klein eigentlich und wir hatten irgendwie so alles mögliche durchgespielt was da war muss nicht was soll man spielen und dann habe ich ihn gefragt kennst du eigentlich das rechenspiel keine ahnung und die anti hat die augen gerollt und ich habe gesagt also da war gerade so beim zahlen und nummern irgendwie und dann habe ich gemeint wie viel ist denn 1 und 1 22 22 ja du kannst rechnen da habe ich ihn genommen habe ihn gepackt habe ihn hochgeworfen der war ganz aufgeregt papa darf ich noch mal darf ich noch mal und dann kam die nächste aufgabe und die waren falsch falsch kann ich noch mal versuchen und das wahnsinn was jetzt aus dem heute natürlich geworden ist diesbezüglich so heute wettbewerbe und jung trainiert volympia und das ist ein auswahlwettbewerb und so weiter und löst jetzt aufgaben die ich gar nicht mehr lösen kann oder so also und das ist natürlich einfach super spannend diese diese begeisterung diese fast nation überhaupt zu wecken sich mit etwas zu beschäftigen also aus meiner sicht ist ja beim thema lernen und das kommt ja dann spätestens mit der schule spätestens kommt ja dann das thema ist die thema ist die motivation absolut entscheidend und die frage ist habe ich ihnen bis dahin schon beigebracht sich selbst zu motivieren neues zu lernen und was man damit alles machen kann es fängt ja an beim beim rechnen aber auch beim lesen oder beim selber schreiben ja in oder oder dann naturwissenschaft in irgendeiner form möchte ich mir selber wissen aneignen und so und ich habe das immer so spielerisch gemacht mit den kindern also meine kinder lieben alle quizze obwohl die meisten vielleicht sagen quiz und wissen abfrage aber es ist ja eine frage wie man es gestaltet meine quiz fragen waren dann halt immer wie heißt das pferd auf dem bibi blocksberg reitet wenn sie mit tina unterwegs ist oder so ja oder also sachen von denen ich auch wusste dass sie sie kennen und dass sie sie wissen und sie dann auch zu feiern und ihnen punkte dafür zu geben oder sondern das ist natürlich und dann irgendwann kommen schwierigere fragen da wollen die auch irgendwann schwierigere fragen und die können sein auch ab und zu nicht lösen natürlich dann gibt es eine antwort aber irgendwann kommt die frage dann halt wieder und dann wissen sie plötzlich die antwort von vorher die noch da war also sehr stark auch das thema motivation wie kann ich da eine motivation aufbauen zum zum selber lernen dann auch irgendwann wie schaffe ich das ja und da gibt es ja ganz viele möglichkeiten was von so kartenspielen welcher dinosaurier ist größer oder höher und plötzlich lernen sie zahlen und so weiter also ich bin irgendwie echt ich kann es halt nicht lassen der pädagoge in mir versucht dann irgendwie dass sie dieses ich habe dann so auch schon im hinterkopf welche art von intelligenz wird jetzt gefördert durch diese übung oder man diese diese art von intelligenz haben wir eigentlich bis jetzt wenig trainiert kenne ich da ein spiel dafür wie können wir das machen dass wir das machen dass sie das lieben dass sie so viel energie darauf haben dass sie es auch immer wieder spielen wollen müssen jetzt dieses spiel spielen oder so wie es ja dann oft später leider ist wenn sie halt gezielt aufgaben der schule machen müssen oder so aber und zu sagen hey wie kann ich jetzt da was was draus machen ja also ja du hast jetzt sehr schön für diesen podcast aufbereitet ich weiß wie du hast du da schon ganz andere sachen mit deinen kindern gemacht weiß nicht wie alt er war da erst vier oder fünf hast du schon programmieren beigebracht und so mineralien und so also man kann jetzt noch viel extremer treiben das waren jetzt sozusagen die die podcast tauglichen beispiele die gebracht hast du für alltäglich menschen ein bisschen mathematiker dazu hat er schon einiges mit dem mitmachen müssten ja also hat das spaß dabei würde ich sagen aber ja sehr schön ich finde das natürlich das war auch natürlich immer mein traum mit meinem sohn mal irgendwie roboter zu programmieren oder so und dann habe ich entdeckt es gibt eine kinderprogrammiersprache scratch also wenn man da ein bisschen dahinter ist und das und das fängt ja ganz einfach an was die da sich überlegt haben wie sie das programmierverständnis fördern können ja und heute macht er diese informatik wettbewerbe da und und kommt weiter und ist derjenige in der robotik ag der immer vormachen darf wie halt dann das alles funktioniert ne am letzten schultag hat keine vorführung von den anderen hat funktioniert keine und der lehrer dann so ganz beschluss noch in das war es war mega peinlich weißt du 45 sachen die demonstriert werden sollte nichts hat funktioniert und dann kam in das hat es dann funktioniert alle applaudiert aber sie lernen ja doch was in der robotik ag also das ist schön finde ich eben auch weil du ja sozusagen lernen über lernen mit das eine ist der inhalt das andere ist sozusagen wie wird lernen gestaltet und vielleicht nehmen uns da ihren zeitpunkt weil ich kenne ja einige eltern einige kinder die jetzt eingeschult wurden im letzten jahr die nicht in die schule gehen mussten aufgrund der letzten jahre das heißt das sind so kinder die erste schule die mussten nicht hingehen haben irgendwie zettel bekommen die sollen sie zuhause lösen die hatten natürlich null bock drauf weil es ja auch keine konsequenzen gibt weil sie ja zuhause sind oder die älteren sind überfordert kommen sie ins zweite schuljahr sind eigentlich in der zweiten klasse haben aber eigentlich nichts gelernt und haben vor allem gelernt dass es keinen spaß macht hier und die haben auch oft gelernt dass man eigentlich nicht in die schule gehen also das sind nur die ersten erfahrungen die sie gemacht haben also katastrophal die letzten jahre also gibt es jetzt schon studieren was das alles für nachteile hat und wird es sich in jahr und jahrzehnten auswirken wird darüber jetzt gar nicht reden sondern wie kann man sozusagen da die kurve kratzen gerade also nicht jetzt du hast jetzt praktisch den den vorlage geliefert für wie kann ich die kinder gleich begeistern aber jetzt immer sozusagen die kinder finden es ja schon scheiße weil aufgrund dessen wie es jetzt ist und da weiß ich gibt es ganz viele denen es so geht wie kann man denn da die kurve kratzen dass ein kind das sagt mathe scheiße interessiert mich nicht was würdest du da machen was würdest du da anbieten naja also ich meine letztendlich haben wir hier ja wir haben schon vielleicht eine negative verbindung zu dem thema in der p mäßig wäre es dann eher ein anker verschmelzen also wie kriegt da jetzt eine positive verbindung zu dem thema hin und die frage ist kann ich das thema halt mit was verbinden was was sie gerne machen und ich meine klar jetzt mathe ist natürlich oft das thema kommt jetzt aufs alter an also ob es jetzt sind die zahlen das rechnen dann eignen sich möglicherweise würfelspiele oder oder andere sachen wo ich das machen kann oder oder vielleicht auch taschengeld dass man dann ja auch zählen muss und berechnen muss irgendwie also es kommt immer sehr auf das kind an welche angebote dann jetzt halt gerade am besten funktionieren ja wie kann ich das verknüpfen also vielleicht bauen wir eine rutsche für den garten und müssen berechnen wie lang die rutsche ist das wäre schon ein bisschen fortgeschrittene geometrie dann über pythagoras rechter winkel und so weiter dann habe ich die länge der rutsche die ich ausrechne oder wie viel wasser geht in diesen eimer als für mich war es eigentlich immer dieses verknüpfen jetzt gerade beim thema mathematik von alltag was kann ich jetzt im alltag wirklich wirklich damit machen und wie hilft mir das ganz praktisch auch in meinem leben und das glaube ich das was viele menschen so gar nicht hinkriegen oder was denen halt nicht bewusst ist ja also dass ich jetzt wenn ich jetzt über eine wiese laufe quer drüber ich mal ausrechnen kann wie viel meter ich jetzt gespart habe zum beispiel also wie viel schneller sind wir jetzt zu hause gut dass wir dann noch physik mit geschwindigkeit und so weg zeit und so aber halt wirklich zu gucken kann ich da mit meinem alltag was anfangen und wenn das normal noch nicht gegeben ist dann musste ich mir halt projekte raussuchen wo ich weiß hier braucht es dann zwischendrin mal mathematik und das kann zum beispiel sein dass ich mit meinem sohn ist aber auch oft gemacht im garten halt fußballturniere ausgetragen habe also nur er und ich ne ich habe dann immer kommentiert und so aber wir haben dann weltmeisterschaften nachgespielt und alles mögliche und dafür muss man dann halt auch punkte eintragen also hat welche mannschaft gespielt am ende muss eine tabelle berechnet werden wer spielt jetzt in der nächsten runde man kommt eigentlich gar nicht umhin hier grundlegende elemente der mathematik anzuwenden also beim sieg gibt es drei punkte unentschieden einen punkt wer steigt auf wer steigt ab wer darf im halbfinale gegeneinander spielen und wie funktioniert das alles und so aber halt verknüpft mit der praktischen notwendigkeit nicht wir müssen jetzt hier eine aufgabe rechnen sondern ja ja wir spielen hier gerade dieses spiel und im rahmen dieses großen spiels ist das halt ein teil von dem was wir halt machen und und das ist meines erachtens nach etwas was auch vielmehr noch in der schule sein sollte also für lehrer ein großteil der vorbereitungszeit sollte meiner ansicht nach darauf verwendet werden wie kann ich motivierende praktische beispiele halt für den alltag finden wie kann ich sie mit etwas verknüpfen was den kindern spaß macht also wie zum beispiel sie rechnen mit fußball spielen auf einmal wird das kombiniert oder rutschen mit rechnen oder wie viel eis willst du eigentlich bekommen da könnte ich auch eine rechenaufgabe daraus machen um sicher zu gehen dass sie das bekommen oder oder wie viel von der limo willst du trinken wie viel geht in diesen becher rein gut dann bin ich schon wieder bei pi und bei volumen berechnet das jetzt eher was für für meinen sondern oder für fortgeschrittene die das die das dann halt machen oder dieses dinosaurier karten spielen wo ich halt das dann wieder haben mit mit spaß und freude zu verbinden ein wichtiger punkt der indirekt drin ist ist ja auch noch die die beziehungsebene also du dir macht spaß wenn ihr macht das gemeinsam das ist ja auch dieser faktor wenn man sich dem kind widmet das ja das auch bei lehrern so wenn sich die wirklich wenn das auf einmal kinder aufblühen die vorher einfach keinen bock hatten weil die beziehungsebene da ist also ich glaube das ist auch ein ganz ganz wesentlicher faktor ist der eine sagt die eine sache ist du mal auf wer oder macht es gemeinsam und natürlich ist die idee langfristig dass das selbstläufer wird ja also meistens wird es ein bisschen schwierig aber so von idee her glaube dass das auch ganz zentraler faktor ist ja ich habe jetzt viel beispiel mathematik gebracht ist jetzt so ein bisschen einseitig wenn wir jetzt nur das so sehen würde genau so habe ich natürlich auch spiele in ganz anderen bereichen ich weiß noch als ich meiner tochter mal vermissen beibringen wollte was bedeutet das und dann habe ich sie in die decke gewickelt und das hat ja richtig viel spaß gemacht also jetzt hier bist du ein paket und ich schreibe ich hier noch die adresse drauf wo wir dich hinschicken ich schicke dich jetzt in die wüste gobi jetzt kommt noch eine briefmarke drauf hallo postbote hier ist ein päckchen bitte mal wegschicken so und dann wird das päckchen weggetragen aus dem bett raus oder so einfach nur auf den boden gelegt oder so und dann bin ich auf dem bett und dann sage ich ach jetzt was eine ruhe ist das schön genießt das jetzt mal so richtig und dann so aber irgendwas fehlt mir auch meine tochter und sie ist ja gar nicht mehr da aus sie ist ja weg ich vermisse sie so sehr und dann und dann spiele ich halt dass ich traurig bin und dann krabbelt sie meistens aus der decke und kommt zurück und sagt papa aber ich bin doch da ich bin doch da ich hab dich so vermisst und dann umhame ich sie und du glaubst gar nicht das ist so eine szene die wollen kinder hundertmal hundertmal einfach um dieses mal hey ich werde vermisst und so und dieses gefühl auch zu spüren und aber auch zu merken hey was das bei dem anderen macht wenn er dann traurig ist oder auch im ersten moment wenn ich sag das dann schon auch jetzt ist aber eine ruhe auch jetzt kann ich mal ganz in ruhe lesen und machen was ich will und so und und dann aber dieses auch ich vermisse dich und dann kommen sie halt ja das sind so kleine spiele und von denen habe ich hunderte im laufe der zeit mit den kindern einfach entwickelt um einfach bestimmte dinge deutlich zu machen oder sie mit denen zu machen und es ist ich staune noch wie kinder nach jahren immer wieder diese spiele spielen wollen die die keiner kennt alle außen und die können wir mal das vermissen spiel spielen ja was was ist denn das jetzt was 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 soll denn das jetzt also das ist ja das ist glaube ich ein teil davon und was sie auch merken ist wie viel freude es mir auch macht das mit ihnen zu spielen oder jetzt motorischen hindernis parcours aufzubauen die zeit zu stoppen auch das schon wieder eigentlich mathematisches spiel also ich finde theoretisch man muss nur spielen ja und dann gucken oder an siebenkampf veranstalten teebeutel weit wurf und dann mit dem zollstock messen wie weit haben wir jetzt geworfen oder so also wenn jemand sagt boah mathe ich habe keine ahnung wie man mathe einbringen kann das ist das ist super easy und genauso auch die anderen disziplinen die deutsche sprache eine geschichte zu erzählen ich mache einen satz du machst den nächsten und so weiter also das was mir halt hier hilft aus dem nlp ist halt einfach diese haltung diese state management mein eigener zustand der zustand beim kind die erfahrung vielleicht auch festzuhalten zu ankern ich meine heutzutage natürlich super easy vielleicht einfach ein bild zu machen die eintrittskarte aufzuheben ein album zu machen wo man sich immer wieder auch daran erinnern kann mensch weißt du noch und kinder schauen sich gerne ältere bilder an ja auch gerade von sich oder so wo sie halt dann wissen hey da war ich da und dann halt noch kurz rein fragen weißt du noch wie ich damals gefühlt dass komm wie mutig du warst bist dir richtig bis ganz nach oben geschaukelt oder bis die hohe rutsche runtergerutscht damals noch halt das mal fest für dich dieses gefühl also all das sind natürlich oder sind natürlich aus meiner sicht als nlp trainer klassische nlp interventionen die dann durchgeführt werden absolut es gibt noch so vieles vielleicht noch ein letzter punkt wir noch nicht so beleuchtet haben ist so das thema kommunikation auch so formulierungen und so ganz was banales im nlp was auch bin wurden von zielen schon hatte in diesem podcast ich sehe die art und reise wie formulierst du also sage ich jetzt bitte sehr ruhig ja oder macht es nicht oder ich rede also so halt irgendwie ja oder achte mal wirklich auf positive formulierungen das kann ich auch noch mal ganz viel helfen in vielen bereichen zum beispiel wenn jetzt ich mit meiner frau rede die judith und dann quatscht halt irgendwie drei das macht er sehr gerne die liebe aaron dann habe ich ursprünglich gesagt bitte sehr ruhig ja mittlerweile sage ich bitte sehr ruhig du kannst gerne zuhören ich rede gerade mit der mama und es hat viel besseren effekt ja sozusagen das was du sehen willst das positiv ist zu kommunizieren und nicht das was du nicht willst wird es ist halt einfach für kinder so schwierig aber erwachsen genauso und das hatte meine frau mal eingebracht und das war absolut der game changer so banale formulierungen sind es oft und vieles gelingt leichter ja da gibt es ganz vieles glaube ich vielleicht hast du noch ein beispiel aber wird es auch langsam abrunden wir sind es wird es ein bisschen da kann man noch jahrelang reden das thema aber ja ein großer bereich im bereich kommunikation ist ja dieses auch dieses nonverbal und da habe ich von virginia sati eben ganz tolles altes video gesehen wo sie einfach auf augenhöhe geht auch mit den kindern also entweder gehe ich runter auf die knie um dann halt die gleiche höhe zu haben oder ich gebe sie hoch damit wir uns anschauen können also je nachdem was halt jetzt oder darüber oder höhe auch unter umständen genau und das finde ich auch macht einen großen unterschied auch in meiner eigenen haltung zu wem rede ich jetzt rede ich jetzt von oben nach unten da rede ich jetzt auf augenhöhe mit denen bin ich jetzt wirklich ganz präsent bin ich da und das ist ja auch wieder hier diese achtsamkeit zu sagen mensch vielleicht nehme ich sie auch bei den händen je nachdem und sagt hier jetzt schauen wir uns die augen jetzt gibt es das ganz wichtiges wo wir gerade reden möchte ich höre dich jetzt ich bin es ganz bei dir also was ist das was du mir jetzt mitteilen möchtest warum du die letzte halbe stunde während ich telefoniert habe an meinem bein gezupft hast oder oder was auch immer so zu sagen jetzt bist du dran jetzt ist deine zeit ja sag mir was brauchst du was möchtest du ja und nicht nur ein ernsthaftes gespräch hat auch zu gehen spannend ja es ist so ein cooles thema ich könnte auch ewig jetzt da plaudern wenn dich das interessiert lieber zu sehr liebe zuseherin dann schreib uns doch gerne wenn du da mehr willst und vor allem empfehle es vielleicht freunden bekannten verwandten wo du sagst hey die haben auch kinder für die könnte es auch spannend sein das wird uns mega freuen wenn du das teilst und ja ich wünsche irgendwann wird sicherlich auch mal wieder ein kinder und jugendcoach modul geben ja genau stimmt stimmt genau die die rechte coaching gehen wollen das ist ja auch etwas was wir in die welt bringen wollen eben lp für alle da gehören die kinder absolut dazu also du wirst sicherlich auch noch mehr in diesem podcast geben wenn auch wahrscheinlich noch mal eine folge machen für lp für jugendliche also genau in diesem sinne sage ich vielen dank fürs dabei sein und bis zum nächsten mal ciao